So Freunde, erstmal will ich mich entschuldigen dafür, dass die Audio-Datei in dem Part verloren gegangen ist. Ich habe eine Sound-Datei einfach druntergelegt, einen epischen Remix von Donkey Kong Country 2, ein richtig episches Medley. Und ja, ich werde da jetzt nicht alles nachkommentieren hier. Wenn ihr sehen wollt, was nach einer Stunde alles passiert ist, ich habe das Spiel gestreamt, letztendlich. Ich habe dann den Stream gestartet wegen 1000 Co-Kommentatoren, die wir hinzugefügt haben. Und so weiter. Und ich habe halt währenddessen gezockt. Ja, und wer ein Ausraster sehen will, wann ich es endlich geschafft habe und so weiter. Stream Link, also der gespeicherte Link zum Video, was da geschehen ist, ist in der Beschreibung. Das heißt, wenn ihr es mit Co-Kommentary sehen wollt, dann klickt jetzt in die Beschreibung. Und ansonsten genießt diese epische Musik, spielt nebenbei Minecraft Survival Games oder was auch immer. Und lasst einfach die Musik auf euch ergehen. Es ist einfach nur richtig gut, dieses Medley. Und ja, der letzte Part kommt dann irgendwann mal. Und der ist dann wieder mit Commentary. Aber lasst euch einfach diese epische Musik nicht entgehen, Freunde. Lasst sie euch einfach nicht entgehen. Sie ist so gut. Das war es dann soweit von mir. Ich hoffe, ihr schaltet den nächsten Part wieder ein, wenn wir Cape Root endlich platt machen. Und bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Und bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal. Und 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 bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.